Darf ich einen Namen? Haben Sie den Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Grenzlos. Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem was geschah? Also scharf auf den Knastbissern, mach es doch. Lass mich da raus. Fussi. Das ist mir leid. ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab Hunger. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja, Mann, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Es ist nicht beschissen. Miras. Keinen Bock.